Es ist Samstag, der 12. Januar 2019. Dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte auf unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute interviewe ich Sabine Lichtenfels. Sie ist Mitbegründerin des Ökodos und Heilungsbiotops Tamera und Autorin einer ganzen Reihe von Büchern, die im Verlag Meiger erschienen sind. Ihr neuestes Buch heißt Und sie erkannten sich, das Ende der sexuellen Gewalt. Genau, dort sieht man es im Bild. Ja, herzlich willkommen in der Sendung. Danke Sabine, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, danke. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Ja, das Buch will ja einen Beitrag leisten, die sexuelle Gewalt zu beenden. Wie geht das? Wie schaffen wir das? Da kann ich nur empfehlen, das Buch zu lesen. Es ist ein Ansatz, der darauf hinweisen möchte, dass das Thema der Gewalt auf dieser Erde, insbesondere der sexuellen Gewalt, nur zu lösen ist, wenn wir die sozialen Hintergründe und die politischen Hintergründe verstehen und wenn wir erkennen, wie sehr eine unterdrückte Kraft zur Gewalt führt. Also solange wir die sexuelle Kraft nicht wirklich einbeziehen in unsere sozialen Systeme, in unsere gesellschaftliche Organisation, wird sie sich immer irgendwann im Sinne einer Gewalterruption ausdrücken. Und so beschäftigt sich dieses Buch sehr tief, sowohl mit den mythologischen Hintergründen, als auch mit den politischen und sozialen Hintergründen und versucht nochmal in den Blick zu bekommen, was ist eigentlich passiert, durch die Religion vor allem auch, dass die Sexualität so sehr dämonisiert wurde. Und das Ende der sexuellen Gewalt kann nur dadurch entstehen, dass eine Kultur des Vertrauens aufgebaut wird und kann natürlich auch nur dadurch entstehen, dass wir die Lebenskräfte, und Sexualität ist ja eine mächtige Lebenskraft, erkennen und sozial integrieren. Das ist jetzt sehr grob die Antwort als erstes Mal, ja, um den Rahmen ein bisschen zu stecken. Wie kann man denn solche Vertrauensräume aufbauen? Und wie kann man konstruktiv in die Gesellschaft die Sexualität einbinden? Ja, das ist ja der Punkt, warum wir hier in Tamera seit vielen Jahren ein Forschungsprojekt aufbauen, wo wir eigentlich die Kernfrage haben, was sind denn die Voraussetzungen oder die Bedingungen für eine gewaltfreie Kultur? Und wir arbeiten seit langer Zeit daran, dass wir immer wieder denken, es muss erste Modelle geben, wo wir eine Sozialstruktur aufbauen, wo man merkt, hier entsteht Transparenz, hier entsteht Wahrheit, hier wird nicht etwas aufoktroyiert, ja, wie kommen wir von der Dominanz hin zur Kooperation? Das sind sehr tiefe Fragen, wo man erst mal in Form von ersten Modellen diese Fragen beantworten muss. Ich glaube, wenn dann erste Modelle tatsächlich funktionieren, haben sie auch Heilkraft auf unsere gesellschaftlichen Systeme. Und da wünschen wir natürlich ein Zusammenspiel. Also einige sind in unserer Gesellschaft sehr aktiv, sehr sowohl auf der ökologischen Seite als auch auf der politischen Seite. Und wir wünschen uns immer mehr Kooperation und einen Aufbau von sozialen Netzwerken, wo sich diese Kräfte gegenseitig ergänzen. Und natürlich, wenn ich jetzt die Frage noch weiternehme, kommt man so tief an die Frage, was ist eigentlich im Geschlechterverhältnis zwischen Mann und Frau geschehen? Also was ist denn passiert in der Mythologie jetzt, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden? Und hier heißt ja eine Kernaussage, und sie erkannten sich. Und in dem Moment, wo sie sich erkannten, wurden sie vertrieben. Was ist das für eine Mythologie, ja? Was hat es dazu geführt, dass eine Frau nur deswegen, weil sie ein sexuelles Wesen ist, weil die ihre verführende Kunst eingesetzt hat, so sehr zum Bösen deklariert wurde? Und aus unserer Sicht wirkt bis heute in unsere gesellschaftlichen Systeme, obwohl wir längst in sogenannten atheistischen Kulturen leben, wo man sich befreit hat aus der Religion, wirkt es immer noch nach in einem Zellsystem. Wir leben in einer Kultur der Angst. Und vor allem Angst vor diesen ganz intimen Fragen nach Liebe und Sexualität. Und die Sexualität wurde eigentlich sehr stark in den Privatbereich verdrängt. Und wir sehen sie nicht mehr als heilige Quelle, als Kraftquelle, aus der alles Leben kommt. Was für ein Wunder, ja? Man stelle sich vor, es entsteht eine Art von, ich will es gar nicht Religion nennen, eine Art von Feier, wo man diese Kraft ins Zentrum stellt. Und wo man als junger Mensch lernt, wie gehe ich denn mit dieser Kraft wahrheitsgemäß um, ohne lügen zu müssen? Wie verbindet sich denn meine sexuelle Wirklichkeit mit meiner Liebessehnsucht? Alle diese Fragen. Und da hoffe ich natürlich, dass unsere Forschung auch dazu beiträgt, dass in unseren Gesellschaften immer mehr fast, würde ich sagen, soziale Einrichtungen entstehen, wo man sich diesen Fragen wirklich ernsthaft zuwendet. Da gehört ja auch das Konzept der freien Liebe zu, also Akzeptanz, sowohl für Menschen, die monogam leben, als auch für Menschen, die polygam leben. Dass beides gelebt werden kann und keine Lüge da sein muss. Ja, ich meine, da kommen wir an den Kernpunkt. Also wenn ich jetzt aufs Christentum nochmal gehe, da wird immer zitiert, Jesus Christus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Über die Sexualität finde ich in der Bibel sehr wenig, da muss ich schon sehr nachforschen. Und wie ist das denn sexuell? Und ich würde sagen, Liebe ist von ihrem Wesen her frei. Es gibt keine unfreie Liebe. Und wie kann man denn das jetzt in einer sozialen Struktur aufbauen, wo man weiß, es ist eine Wahl jedes Menschen, ob er jetzt monogam leben möchte, ob er homosexuell ist, ob er polygam ist, ob er zölibatär lebt. Das sind individuelle Entscheidungen. Aber wie wird eine Kultur aufgebaut, wo diese Dinge alle gleichermaßen honoriert werden? Also ich weiß noch, ich als junges Mädchen, da war das, wenn man als Frau keinen Mann hatte, dann war man schon irgendwie out, ja. Darüber hat sich eine Frau in unserer Zeit fast noch definiert. Und wie verrückt, also Partnerschaft ist ein Element in einer Kultur, die so divers und so vielfältig ist, wie es Menschen gibt. Und da kommt dann die Frage, was ist denn freie Liebe? Und eigentlich, was ist denn Liebe? Was ist denn Treue, die nicht an ersten Seitensprüngen zerbricht? Wie schafft man denn in den Momenten, wo ein Paar sehr intim zusammenlebt und plötzlich ist der andere erotisch angezogen von einem Dritten? Wie kommt hier Vertrauen und Wahrheit ins Spiel statt Eifersucht, Angst und dann die Wutanfälle, die man ja kennt? Oder die Zeitungen sind voll von Berichten, wo Menschen aus dem Fenster springen, aus Verzweiflung. Wer hat uns das eingepläut, dieses System, dass wenn man einen anderen liebt, dass man dann verlassen wird? In einer neuen Kultur gibt es da ganz andere Paradigmen, eine ganz neue Ethik. Das heißt also, Treue heißt füreinander da sein und Treue heißt nicht, dass man nicht mit jemand anderem auch Liebe haben darf? Für mich würde Treue vor allem heißen, Wahrheit, ja. Und wenn sich Lüge in die Beziehung einschleicht, dann ist was krank. Oder wenn sich Betrug einschleicht, erst recht. Und von daher würde ich sagen, ja. Also du kannst nur treu sein, wenn du auch andere lieben darfst. Das ist auch einer meiner Lieblingssätze, ja. Und das heißt natürlich nicht, also es gibt viele Paare, wo man merkt, die wollen monogam sein und dann ist das ja alles klar. Nur was passiert, wenn einer plötzlich ein großes Verlangen hat woanders hin? Wie entsteht jetzt Wahrheitsmöglichkeit? Wie entsteht jetzt eine Treue, die viel tiefer geht? Also ich selber lebe seit über 40 Jahren in Partnerschaft. Und ich kann sagen, an den Momenten, wo man hier in die Lage kam, mit Vertrauen zu kommunizieren, wurde unser Eros so viel tiefer. Und man macht die Grunderfahrung, dass es keineswegs heißt, dass man sich verlässt, wenn man auch zu anderen will. Die sexuelle Gewalt in der Sexualität und Unfreiheit in der Sexualität wirkt ja auch mit anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel Frieden, Umwelt, Wirtschaft, Sozialsystem zusammen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das vielleicht heute auf eine schädliche Weise? Und wie kann die Beendigung der sexuellen Gewalt da eine positive Wirkung entfalten? Also ich kann nochmal sagen, Beendigung der sexuellen Gewalt, der Gedanke ist sehr hoch angesetzt und sehr radikal, weil er wirklich eine Umwälzung unserer gesellschaftlichen Systeme als Voraussetzung hat. Es müssen neue soziale Systeme entstehen, damit das möglich wird. Und wenn wir jetzt im Moment, geht es ja wie eine Welle, überall wieder, ja, das MeToo-Thema. Gott sei Dank kommt Aufklärung. Gott sei Dank fangen die Ersten an zu sprechen, was bisher nicht mal gesprochen werden konnte. Aber was ist denn jetzt zu tun, dass daraus nicht ein neuer Hass entsteht? Zum Beispiel Hass der Frau gegen den Mann. Oder vorher war es der Hass des Mannes gegen die Frau, der sie einfach sich genommen hat, ohne zu fragen. Ja, die Machtspiele, die müssen ja aufgelöst werden. Und dazu meine ich, dass sowohl Frauen als auch Männer aus einer bestimmten Art von Anklage und Vorwurf, also auch aus diesem System von Opfer- und Täterstruktur austreten und merken, dass es nicht darum geht, Einzelne anzuklagen, sondern dass das ganze System falsch ist. Und wie bauen wir ein System auf, wo dieser, der Missbrauch von Macht in der Sexualität geheilt wird? Und da komme ich dann immer auf die Kernfrage, wie entstehen eigentlich soziale Gemeinschaften zweiter Ordnung, die eingebettet sind in die großen gesellschaftlichen Systeme, auf eine Weise, dass Transparenz sein kann. Früher gab es noch die Großfamilien als nächsthöheres Bett. Und was ist das in unserer Kultur heute, wo man über diese Themen so reden kann, dass Vertrauen entsteht? Und da glaube ich, dass gerade das Thema Sexualität und Gewalt aus einer zu engen Klammer befreit werden muss. Also in dem Bereich wird so viel geschwiegen, so viel gelogen. Und hier will etwas auf eine höhere Ordnung kommen, also etwas in die Transparenz kommen. Wenn ich das zum Beispiel mit der Auswirkung auf den Frieden betrachte, da fallen mir als erstes ein, dass zum Beispiel Soldaten, wenn sie in der Kaserne sind, ja dann getrennt sind von ihren Partnerinnen. Oder noch krasser, eben Dschihadisten verspricht man dann so und so für Jungfrauen, wenn sie in den Himmel kommen. Und ich frage mich, gibt es bestimmt noch etwas alltäglichere Beispiele, wie es auf den Frieden wirkt, wenn wir Frieden in der Sexualität und in der Partnerschaft haben, in der Liebe haben? Also, warum haben wir überhaupt so eine militärische Kultur? Warum wollten Männer so sehr in den Krieg ziehen? Ja, das war spannender. Was war spannender? Der Krieg war spannender als das Leben zu Haus. Warum war er spannender? Weil man in den Nahfeldern nicht in der Lage war, die hohen Kräfte, um die es geht in der Sexualität, zu integrieren in die soziale Welt. Und von daher ist für mich der Aufbau einer partnerschaftlichen Kultur, wo wir überhaupt wieder verstehen, was ist Frau, was ist Mann, wie kommen die in einen Austausch, der partnerschaftlich ist, ist die Voraussetzung für Frieden, für eine Friedenskultur. Wir kommen aus einer patriarchalen Kultur, wo ein Kernsatz hieß, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das hat man uns irgendwie mit der Muttermilch beigebracht. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass man Menschen ins Militär schickt, damit sie uns verteidigen. Und die Männer kommen verwundet zurück aus dem Krieg. Inzwischen sind es auch Frauen, Soldatinnen. Aber was wäre, wenn wir dieselbe Forschung investieren würden in eine Friedenskultur, statt in Verteidigungsministerien und so weiter. Und da, ich meine, im Olymp, im griechischen Olymp, war der Eros der einzige Gott, der nicht integriert wurde in den Götterhimmel. Der hatte kein Recht, dort mitzureden. Man stelle sich vor, wir schaffen jetzt eine soziale Ordnung, wo auch der Eros einen gewürdigen Platz hat. Das halte ich persönlich für die Voraussetzung für eine Friedenskultur. Und wenn wir jetzt, ich meine, da will ich gar nicht zu viel, das ist so schmerzhaft hinzuschauen, was geschieht, wenn wir in einer sozialen Gesellschaft leben, wo der Eros eigentlich immer unterdrückt ist und wo es eine äußere Moral gibt, die der biologischen Wirklichkeit nicht entspricht. Und dann plötzlich kommt das gesellschaftliche System durcheinander in Kriegssituationen. Und wenn wir dann hinschauen, was da geschieht an Vergewaltigung, an Quälerei, es geht ja nicht nur darum, sich zu verteidigen und den Feind zu töten. Es geht ja so viel tiefer, was da ein sexueller Untergrund auf einmal zum Ausbruch kommt, weil er in unserer normalen gesellschaftlichen Kultur nicht integriert ist. Ich glaube, wir würden auf der Stelle tot umfallen, wenn wir da mal reingucken würden in diese Szenarien. Und wenn man dann auch hört, also Menschen, die auf einmal zur IS gehen und die dann irgendwann zurückkommen, wenn man dann hört, was für eine uneingelöste Sehnsucht sie dahin treibt, wo sie dann plötzlich an Islam glauben oder an irgendeine Religion, um überhaupt ihrem großen Drang, diese Kraft einzusetzen, blind folgen, ohne zu erkennen, was sie da eigentlich tun. Ich denke, es hat Auswirkungen auf die Ökologie, stelle ich mir auch vor, dass es viel unsinnigen Konsum gibt, mit dem wir nur unsere unerlösten erotischen Wünsche oder unsere Einsamkeit nicht spüren wollen, dass das ein Riesenumweltproblem ist. Und wenn man da vertrauensvoll kommunizieren könnte, bräuchten wir wahrscheinlich weniger von den unnützten Konsumdingen und die Umwelt würde besser geschont. Ja, das ist, glaube ich, der Satz von Dieter Duhm, der ging dann mal durch alle Schichten, wo er mal gesagt hat, auf der Suche nach sexuellen Kontakten wird dermaßen viel Benzin verfahren, dass schon aus ökologischen Gründen die Befreiung der Erotik, die Befreiung des Eros geschehen sollte. Ja, und das ist eigentlich, was du jetzt in diesen Worten sagst. Wenn wir lernen würden, künstlerisch, kreativ, auch in Kooperation mit der Erde zu leben, es würden so andere Energiegesetze, so andere, bisschen in den Klimawandel, würden andere Paradigmen entstehen. Wir würden Verantwortung übernehmen für unsere Umgebung. Ich vergleiche gern, dass mit den Frauen das gemacht wurde, was man auch mit der Erde gemacht hat. Also so wie Eva die Böse wurde, so wurde auch die Erde, das zur Hölle deklariert, ja. Und man konnte einfach von ihr nehmen, was man brauchte. Ressourcen, Öl, ohne Fragen und immer mächtiger die großen Phallus-Symbole aufbauen, durch Hochhäuser, ohne in Kontakt zu sein. Und es entsteht eine vollkommen andere Kultur, wenn wir die Wahrheit des Körpers wieder zur Kenntnis nehmen, als Heiligtum, ja. Was für eine Anbetung wird da geschehen, unter uns? Und was für ein schönes Element, wenn da der Eros Teil davon ist und nicht als Böses ausgeklammert werden muss. Ja, wie kann ich mich denn, wenn ich mich jetzt auf einem Heilungsbiotop einlassen würde, dort zu leben, und das ist ja auch sehr viel Transparenz, nicht nur dem eigenen Partner gegenüber, sondern es bekommen ja alle Leute auch mit, mit denen man zusammenlebt, zusammenwirtschaftet, wer sich zu wem hingezogen fühlt. Wie kann man sich da schützen, wenn da so viel Transparenz ist? Also ich würde schon diesen Satz, wie kann man sich da schützen, würde ich umdrehen und ich würde sagen, nach einiger Weile, nach einiger Zeit merkt man, die Transparenz ist der größte Schutz, um das zu werden, was ich wirklich bin. Also das ist ein ganz neuer Individuationsbegriff, wo man nicht mehr aus Misstrauen denkt, ich muss jetzt meine Intimbeziehung schützen, sondern indem ich sichtbar mache, was ich liebe, bekomme ich die Unterstützung von anderen, die ich brauche, um meine Liebe zu verwirklichen. Es sind da wechselnd Grundparadigmen vom Misstrauen ins Vertrauen. Und das geht aber, das ist Arbeit, das geht nicht einfach so von selbst. Und deswegen, ich würde jetzt auch gar nicht so sagen, es ist gar nicht unser Anliegen, dass jetzt alle Menschen ins Heilungsbiotop kommen und denken, wir leben jetzt mal da. Es ist vielmehr, ich denke, es reichen einige wenige, die diese Forschung so gründlich betreiben, wie Wissenschaftler, wo sie plötzlich merken, jetzt haben wir eine Antwort, wie das wirklich zusammengeht, zum Beispiel freie Liebe und Partnerschaft. Oder wie das wirklich geht, dass nicht mehr Betrug in der Liebe die Voraussetzung ist, sondern Wahrheit in der Liebe. Wenn es an ersten Orten wirklich gelingt, wird es eine, ich sag mal, ansteckende Kraft haben oder es wird eine feldbildende Kraft sein. Das ist der Gedanke, warum wir hier so intensiv investieren in diese Frage. Und da müssen dann nicht alle die ganzen, ich sag auch mal, die Versuche und Irrtum so sehr mitmachen. Das ist so ähnlich, wie ein Forscher, der jetzt eine Rakete auf den Mond entwickeln will, der muss alle Forschungsfragen reinnehmen, bis es funktioniert, ja. Und so ähnlich ist, ein Heilungsbiotop hat eigentlich die Aufgabe, so lange zu forschen, bis man die Antworten kennt, durch was entsteht eine Vertrauensgemeinschaft oder eine Vertrauensgesellschaft. Wenn die Paradigmen mal ganz gesehen sind, glaube ich, dass eigentlich eine Resonanz entstehen wird, weil im Grunde sehnt sich jedes Kind nach Wahrheit in der Liebe, ja. Ihr habt ja auch ein Institut für globale Friedensarbeit und ihr habt eine globale Liebesschule. Wofür sind diese Einrichtungen? Was machen die? Was bewirken die nach außen hin? Also das Institut für globale Friedensarbeit, das hat vor allem die Aufgabe, wenn wir bestimmte Informationen entwickelt haben und in Sprache gebracht haben, dass wir uns vernetzen mit Friedensarbeitern weltweit. Also wir forschen ja nicht nur im Liebesbereich, wir forschen genauso tief im ökologischen Bereich, auch in der Technologie. Wie sieht eine Technologie aus, die die Erde nicht mehr ausbeutet? Und so versuchen wir ein komplexes System zu entwickeln und dann uns zu vernetzen mit entsprechenden Forschern in der Wasserbewegung, in der technologischen Bewegung. Und das IGF hat sich zur Aufgabe gemacht, hier ein globales Netzwerk zu unterstützen. Seit einigen Jahren arbeiten wir da sehr intensiv an dieser ganzen Frage, wie entsteht eigentlich eine Bewegung, eine gewaltfreie Bewegung, und kooperieren da mit dieser Bewegung von Amerika, von South Dakota und North Dakota, von diesen Indianern, die damals den Mut hatten, gegen die Pipelines sich aufzustellen und zu sagen, wir im Namen des Schutzes der Mutter Erde, wir stellen uns dagegen mit dem Titel Defend the Sacros. und da ist im Moment aus meiner Sicht weltweit eine Bewegung am Keimen, wo immer mehr politische Initiativen verstehen, dass wir die Frage, was ist uns eigentlich heilig, was möchten wir schützen, mit politischem Aktionismus verbinden. Und da ist das IGF sehr aktiv, dass wir ein solches Netzwerk zum Teil hierher nach Tamera einladen, zu bestimmten Konferenzen und dann aber auch uns vernetzen mit diesen Initiativen in der Welt. Es wird gerade jetzt im, ich glaube im Februar, also im Frühjahr, ein Buch erscheinen, wo das unter dem Titel Defend the Sacred, wo wir unseren politischen Aktivismus und unsere geistigen Ansätze veröffentlichen, also wo Menschen, die aus verschiedenen Bewegungen sich beteiligt haben, zu Wort kommen. Also das sind dann sowohl Indigene-Vertreter als auch Wasserspezialisten, Ökologen, Rabbis, Menschen aus Palästina, also aus Aktionsinitiativen und Forschungsexperimente werden da zusammengebracht. Und soweit ich weiß, wird auch im Mai ein Event stattfinden, genau zu dem Thema in Deutschland, wo dann auch eben, wo man versucht, an den verschiedenen Orten dieser Erde diese, diese Kerngerken zu pflanzen. Und da hilft das IGF, also da ist das IGF eine unterstützende Kraft, um diese Bewegung zu stärken. Was macht die globale Liebesschule? Ah ja, das war die zweite Frage. Die globale Liebesschule lädt Menschen ein, die selbst als Lehrer tätig sind oder in sozialen Netzwerken sehr aktiv sind und die mit dieser Frage konfrontiert sind, wie gehen wir in diesem Zusammenhang eigentlich das sexuelle Thema an. also ein Beispiel, wenn man in Kolumbien oder in Brasilien aktiv ist in der Friedensbewegung und dann mitbekommt, wie viel Missbrauch stattfindet, wie viel Vergewaltigungen, was tut man eigentlich als Friedensaktivist, um nicht den Hass zu schüren, sondern die heilende Kraft zu aktivieren. Und so arbeitet die globale Liebesschule an der Frage einer gemeinsamen Ethik, die wir dann auch in unseren Initiativen verbreiten, würde ich sagen. Also immer wieder die Frage, wie beenden wir wirklich die Gewalt und verstehen wir eigentlich, durch was die sexuelle Gewalt zustande kommt, wie kommt man hier an einen urteilsfreien Raum, der in der Lage ist, Heilkraft zu aktivieren. Die globale Liebesschule ist jetzt seit, ich glaube seit zehn Jahren gibt es die und das ist ein wunderbares Netz, wo ein Vertrauen entsteht unter den Aktivisten, weil man sich eben selber auch so tief kennenlernt, wenn mich dann zum Beispiel jemand anruft aus Palästina und sagt, wir brauchen eure Hilfe, man kann sich sehr schnell auf der tiefen Ebene verständigen und dann sich vernetzen. ja, also es ist eine Hilfe und auch in diesem Bereich durch Transparenz entsteht eine bestimmte politische lebendige Kraft untereinander. Und ich kann mir vorstellen, ihr seid ja auch in Kontakt mit religiöseren Friedensaktivisten, also Israel, Palästina oder ich weiß nicht, ob sie eher säkular sind, jetzt von der globalen Liebeschule her, wenn ich jetzt mir Moslems vorstelle oder streng religiöse Moslems oder Christen oder Juden, wie gehen die mit dem Liebesthema um? Ist das auch etwas, wovon Sie etwas in Ihrem Weltbild aufnehmen können oder gebrauchen können, wenn Sie vielleicht da restriktiver sind? Na ja, also in der globalen Liebeschule sind jetzt nicht gerade die konservativsten Vertreter der Religion, sondern es sind eher die Menschen, die merken, Mensch, hier müssen wir helfen, dass sich bestimmte Dogmen auflösen und die kommen dann, ja, also da sind sowohl Menschen, die aus der Tradition des Islam kommen, wie aus dem Judentum und wir sind ja eher auf dieser Suche, uns aus den religiösen Krallen zu befreien, aber die Werte des Heiligen wieder ins Licht zu bringen und je mehr das gelingt, desto leichter kann man dann zurückgehen in die, in seine Bereiche, ohne ideologisch zu werden. Also Ideologie entsteht ja sehr oft aus Angst, weil man noch nicht sich traut, das, was man als tiefste Wahrheit gesehen hat, auch zu formulieren und so arbeitet die globale Liebesschule sehr an der Frage, wie ist der Richtige, wir kommen ja nicht mit wehenden Fahnen und sagen hier, Liebe ist frei, sondern wir wollen vom Wesen her verstehen, wie wirkt die Liebe, wenn sie in uns frei geworden ist, heilend. Und da, das kann ich schon sagen, je mehr Menschen lernen hier nicht mehr ideologisch zu sein, desto mehr können sie in die konservativsten Zonen des Lebens hineingehen und Kontakt erzeugen. Wahrheit und Kontakt hängen ganz eng miteinander zusammen und Krieg entsteht fast immer aus Weltanschauung, wo man sich durch Weltanschauung schützt, an der Stelle, wo man noch gar nicht sich getraut hat, ganz zu fragen. Jetzt gibt es Thesen in eurem Buch für eine neue Frauenbewegung. Was beinhalten diese zwölf Thesen? Naja, da sind ganz viele Aspekte drin. Auf jeden Fall ist für mich eine Kern Voraussetzung, dass ich diese Thesen geschrieben habe, das war, als ich gemerkt habe, das ist schon lange her, wo ich gemerkt habe, es gibt eine Frauenbewegung, die wird immer stärker, aber solange die Frauenbewegung das Feindbild Mann aufbaut, wird sie nicht beitragen zu einer Friedenskultur. Und so ist eigentlich die Kernaussage durch alle zwölf Thesen, dass Frauen sich wieder besinnen auf ihre wirkliche eigene Quelle, auf ihre weibliche Quelle und von dieser Quelle heraus eine neue Liebe zu den Männern entwickeln. Und das geht dann in alle Bereiche hinein. Und die Thesen nehmen eben Bezug auf die verschiedenen Bereiche, also Kindererziehung, Kinderaufwachsen, ökologisches Verhalten, in der Technologie, also alle die verschiedenen Bereiche werden anders belichtet, wenn wir die Kernthematik der Funktionslogik der Liebe wirklich verstehen. Und damit arbeiten die zwölf Thesen. Was ist denn die weiche Macht, die da auch angesprochen wird? Ja, weiche Macht ist genau, das ist eine Macht, die nicht mehr dominieren will, sondern eine Macht, die sich so tief wiederverbindet mit den universellen Kräften der Natur und mit dem festen Entschluss, die Macht der Liebe zu verwirklichen, dass sie höher ist als die Gewalt. Es ist eine weiche Macht, die aus der Anteilnahme kommt und die sich entschieden hat, nicht dem Hass zu folgen, nicht der Energie zu folgen, wo man um sich schlägt aus Wut, sondern das zu transformieren in Kraft. Und ich kann sagen, ich bin im Moment echt richtig dankbar zu sehen, wie das in Bewegungen langsam keimt. Wenn ich zum Beispiel an diese große Bewegung denke, One Billion Rising, wo die Frauen für den Frieden tanzen, in Indien, in den kritischsten Situationen und so eine Lebensmacht ins Zentrum stellen, oder wo auch jetzt, in Frankreich war es, glaube ich, wo die Frauen sich zusammenschließen und sagen, wir haben genug Schäger, wir machen nicht mehr mit bei dieser Art von Gewalt gegen etwas, wir besinnen uns auf unsere Aufgabe, das Leben zu schützen, uns für das Leben einzusetzen, uns für die Wahrheit einzusetzen, wo immer wir sind, und wir unterwerfen uns nicht mehr den Regeln einer patriarchalen Kultur. Wenn ich mir jetzt die Konflikte der Welt anschaue, wo verschiedenen Gruppen sich hochgerüstet gegenüberstehen, sei es in Syrien, sei es in der Ukraine, was können die von euch lernen, oder wie kann man von so vielen Fronten und so viel Rüstung dann dahin kommen, zu einer Friedenskultur. Gibt es da Zwischenschritte? Naja, ich meine, einen Zwischenschritt versuchen wir ja, indem wir uns erstmal, wir sind ja hier in einer relativ geschützten Zone, und so eine geschützte Zone zu nutzen, um sich wirklich den Fragen zu stellen, wie entstehen diese Systeme? Es ist heute keine Frage mehr von persönlicher Macht. Das schafft niemand alleine. Und die, ich sage mal, die sogenannte Gegenseite ist höchst organisiert und die Friedensbewegung braucht jetzt auch diese Intelligenz der Vernetzung und diese Intelligenz, sich mit diesen höheren Kräften so zu verbinden, dass man Vertrauen aktiviert in sich selbst. Für mich sind immer sehr hilfreich Beispiele aus der Geschichte, also wenn ich jetzt als Beispiel nenne ich immer gerne Lusserrand, den Widerstandskämpfer, der im KZ überlebt hat, weil er plötzlich mit dieser Quelle sich so tief verbinden konnte, dass er einfach diese höhere Macht aktivieren konnte. Wenn wir im Moment in die Welt schauen, ich kann sagen, ich komme selber sehr oft an Fragen, schaffen wir das noch? Also ich finde es im Moment echt schwer, das Herz offen zu halten, wenn wir sehen, wie überall die Diktatur zunimmt, wie überall die sexuelle Gewalt zunimmt, wie die Naturkatastrophen zunehmen und ich kann dann nur Menschen Mut machen, geht an den Kern dieser Lebenskraft und Quelle, wo das Leben immer neu, das Leben ist immer auf Heilung ausgerichtet und mit dieser Quelle müssen wir es lernen uns zu verbinden ja und dann wird daraus eine machtvollere Bewegung entstehen das ist natürlich was ich meine man kann es nicht beweisen aber ich kann nur sagen das ist für mich die Kraftquelle die mir Mut macht eine Friedensbewegung zu unterstützen statt die Angst zu schüren und ich meine ich liebe auch immer diesen Satz was würdest du tun wenn du weißt dass morgen die Welt untergeht ich würde einen Baum pflanzen man bleibt bei den Prinzipien des Lebens das ist die Kraft die mir ist überhaupt die Überlebenskraft Und eine Sache noch also wenn es jetzt mehr Friedensjournalismus gäbe richtig als bekannten Journalismus dann würden wir erfahren wie viele Initiativen es gibt sogar in Syrien neben diesem machtvollen Krieg da guckt kaum jemand hin diese Informationen werden nicht verbreitet und wir müssen mithelfen dass Friedensinformationen verbreitet werden da danke ich übrigens auch euch für eure Arbeit wo ihr diese politische Arbeit so mit diesen menschlichen Themen verknüpft Ja Darf ich noch etwas fragen zu aller Vernetzung über die Heilungsbiotope oder zur Friedensbewegung vielleicht noch um den Leuten Mut zu machen und die Leute zu inspirieren vielleicht noch einige Beispiele wie die Vernetzung mehr bewirkt hat als einzelne Initiativen alleine bewirken können Naja ich nenne jetzt nochmal diese Bewegung die Fendless Sacred Ich glaube dass die in Deutschland von großer Bedeutung werden wird man weiß was im Hambacher Forst für Initiativen entstehen und man kann immer denken okay die Industrie ist machtvoller oder man kommt zu einem Zusammenschluss wo ich sage ich würde es fast Gebetsforschung nennen Gebetsforschung muss sich verbinden mit Aktivismus und jetzt wir hatten hier letzten Sommer diese große Aktion am Strand auch unter dem Titel Defend the Sacred und hier waren die Ölbohrungen schon beschlossene Sache und wir haben damals eine Aktion gestartet am Strand wo wir so ein künstlerisches Bild von einem Delfin gepositioniert haben wo wir Solarkocher an den Strand gebracht haben und es waren 1000 Menschen etwa involviert um so eine große Figur dort aufzubringen und eben ganz klar zu sagen wir stehen für die Heilung dieses Meeres wir wollen nicht dass hier die Ölbohrungen stattfinden und wie ein Wunder sind die Ölbohrungen jetzt gecancelt aus eigener Kraft hätten wir das nicht geschafft aus dieser Initiative wo sogar Indianer über den Ozean geflogen kommen oder der Wasserschützer von Indien Rajendra Singh der es geschafft hat in Indien viele Flüsse wieder zum Fließen zu bringen diese Menschen müssen sich vernetzen und müssen Menschen Mut machen dass sie sich besinnen auf dezentrale Initiativen die miteinander sich vernetzen und aufstehen wenn es gebraucht wird und da meine ich dass auch die schlimme Situation auf der Erde gerade dazu beiträgt dass immer mehr Menschen den Mut haben weil sie wissen so geht es nicht weiter also es kommt immer mehr dieses Aufwachen zustande und das mögen wir mit all unseren Kräften stärken und Tamera und auch andere Gemeinschaften auf der Erde sollten eine Oase werden für Friedensinitiativen für Menschen die dann in Krisengebieten sind die mit Flüchtlingen arbeiten die in den Städten ihre Arbeit machen wir möchten diese wir möchten auch eine Oase der Kraft und der Hoffnung für solche Menschen sein und werden vielen Dank dafür entwickeln wir auch Online-Kurse und eben auch Seminare vielen Dank ja danke auch und auch sch 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 Vielen Dank.